Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heutela und heute bin ich wieder für euch in Battlefest und unterwegs. Und zwar wollen wir heute mein Dunkleisenzwerg wieder ein wenig weiter leveln. Mittlerweile bin ich Stufe 52 und ja, wir haben jetzt eine komplette Gruppe aus dem Stream zusammen. Im ersten Teil, den ich heute aufgenommen hatte, waren wir nur, in Anführungszeichen, nur drei Leute aus dem Stream. Und ich dachte, ja, egal ob jetzt dann zwei Randoms dabei sind oder nicht, ist ja wurscht. Und ich muss meine Aussage hierbei revidieren, es ist nicht egal, weil wir hatten solche Flachpfeifen teilweise dabei. Nicht mal um zu sagen, die haben wenig Schaden gemacht, sondern die sind halt irgendwie überall reingerannt und so ein Zeug. Und ach ja, das, was man halt nicht will. Jetzt hoffe ich mal, dass es mit den Leuten aus dem Stream besser läuft und wir zügig durch ein paar Inis durchrushen können und vielleicht das ein oder andere Level in der Episode gut machen können. Dazu setze ich meinen Timer wieder auf Null, dass wir etwa so bei der Stunde sind. So sind ja etwa immer meine Leveling-Streams von der Länge. Oh, was bin ich denn da für eine Gilde? Oh, da sind 500.000 auf der Bank? Warte mal, ach, das ist meine eigene Gilde. Ah. Oh, ich habe ja vollkommen vergessen, dass da noch Zeug drauf ist, ne? Warte mal. Soll ich mal gucken, ob da irgendjemand was runtergenommen hat? Aha, für Reppen. Da haben Leute Gold entnommen vor acht Monaten. Aha. Schauen wir mal, was an... Warte mal, eigentlich müssten wir doch einen Instant-Invite haben. Du weißt, es kommt wieder düster, Bruch. Wahrscheinlich, warte mal. Hä, wir sind noch fünf Leute, warum haben wir keinen Instant-Invite? Hä? Sechs Minuten wartet. Äh, warte mal, jetzt will ich aber noch gucken. Hier, Info. Hat da jemand geplündert? Egal. Das kann ich mit dem Maiden dann demnächst mal schauen. Stimmt also ein Haufen Zeug drauf. Eigentlich hätten wir den Mist noch in Legion verkaufen sollen, weil das sollte jetzt wahrscheinlich gar nichts mehr wert sein, ne? Ach, schau mal, da kannst du gucken. Sechs Monaten hat da ja noch jemand was eingezahlt. Ah, schau mal an. Aber ich glaub, da war ich auch schon drin, ne? Ein Uldermann. Ich meine, da war ich auch schon drin. Ja, da haben wir auch schon keine Quests mehr. Äh, dann lass mal da gucken, dass wir möglichst schnell zum Endboss kommen. Dass wir jetzt mal ein paar Züge-Genies machen. Dass wir da mal ein paar Züge-Genies durchkriegen. Ich glaub, der Heiler ist noch nicht da, ne? Was machst du denn schon wieder hier? Und macht immer die Heilschutz-Dinger kaputt, ne? Muss ich mich selber heilen hier. Ein bisschen mehr pullen, wenn wir... Ah, da ist der Heiler, okay. Kommt dann langsam rein. Lass mal gucken, dass wir hier wirklich einmal komplett nur zum Endboss durchgehen. Dass wir wirklich zu schnell sind. Dass wir möglichst wenig adden, ja? Einfach zum Endboss durchballern. So, ich stell mal nächsten Schar zum Schar. Dann können wir wieder eine Gruppe machen, wenn ihr da Interesse dran habt. Warte mal, schauen wir mal ganz am Gang entlang. Schau mal, wer addet von euch? Der kriegt den Mond des Versagens. Nicht mal das Wasser-Ele hat ge-edit. Das hätte ich jetzt gedacht, dass das Wasser-Ele jetzt hier alles zusammen addet. Aber okay, nicht schlecht. Nicht mal das Wasser-Ele hat ge-edit. Ich würde, wenn ich Blizzard wäre, eh die Add-Range von Pets rausnehmen. Oder halt zumindest verringern, ja? Weil ich weiß nicht, das ist halt einfach kein gutes Spiel-Design. Wenn du, klar, man könnte jetzt sagen, sie müssen halt dran denken und ihre Pets wegpacken. Da bin ich voll bei euch. Aber ich weiß nicht, dass ständig irgendwelche Pets adden, finde ich einfach ein kacktes... Ach, fuck it. Meine Heilung war halt auf 0,1 Sekunde und ging nicht mehr durch. So ein Dreck. Ich hätte noch babbeln können, aber ich dachte, die Heilung geht auf jeden Fall durch, bevor ich sterbe. Bitte. Ah ja, aber die Mobs kriegen sie noch hoffentlich down, oder? Ah, ja doch. Weil wenn ich so wenig Leben habe, zieht mich das eigentlich einmal wieder komplett hoch, ne? Also das Ding. Zieht sie mal ein bisschen zurück, dann kann ich sie mir wiederholen. Zum Glück setze ich mein Dings auch instant immer wieder drauf, meinen Buff, ne? Nee, aber ich wäre echt dafür, dass du diese Pad-Akku-Range vielleicht mal irgendwie, wenn dann verringern, rausnehmen oder irgendwas. Hast du nur Ali-Chars für den Shard? Das Zons? Nein, ich habe auch Horden-Chars dafür, aber ich log meistens, weißt du, vom Server die Chars so nach und nach runter. So einmal die Liste runter. Jetzt seht ihr hier, mit dem habe ich schon eins von sechs überall. Das ist mit dem Account habe ich schon die Woche mit allen gemacht. Das ist quasi der Account, wo ich es immer mache, wenn ich raide. Ne? Dann stelle ich den auch da einmal ab. Und ja. Ah ja, schau, da lädt mich schon wieder ein hier. Also mit dem nächsten, der von Revbringer, nicht vom Warbringer. Da hatte ich mich ja vorhin vertan. Der Dude ist hier quasi. Genau. Da ist er. Jetzt schauen wir mal auf die Map. Wo müssen wir denn durch? Theoretisch brauchen wir den Boss nicht machen. Den und den brauchen wir auch nicht machen. Wir können eigentlich theoretisch so, äh, warte mal, könnten wir hier abkürzen? Ne, das ist auch nicht kürzer, ne? Also am besten wäre es wahrscheinlich wirklich so durchzulaufen, oder? Das wäre doch echt das Schnellste. Schauen wir, ob wir das, ob wir das hinkriegen. Das würde ich jetzt einfach mal probieren und schauen, ob man direkt zum Endboss kann. Aber es müsste eigentlich gehen. Und dann halt auch die volle EP, ne? Müssten wir dann auch die volle EP kriegen. Hoffe ich zumindest, ne? Wissen tue ich es nicht. Habe es noch nie ausprobiert. Aber jetzt... Stimmt, der Mage kann dir einen Tisch basteln, ne? Theoretisch. Oder die halt einfach so Wasser traden. Ah ja, heiler und ihr Wasser, das ist immer so eine Sache. Okay. Geben mal sein Wasser. Ah, okay. Anscheinend hat er sein Wasser gekriegt. Zumindest hat er sich bedankt. Gut. Gut. Warte mal, wo kommen denn die alle her? Achso, das sind Totems. Okay, ich dachte mir, der hat einer die ganzen Trocks da hinten gepullt. Wollen wir mal, wir können ein paar mitziehen von den Viechern. Wir sind eh da hinten rein. Nämlich mit dem Mage recht gut geslowt. Dann kann ich eigentlich die alle einfach so mitziehen. Kriegt nicht mal Damage. Warte mal, wo müssen wir denn hin? Hier hinter. Agro habe ich nämlich von denen da hinten noch. Durch den Mage sind die einfach so runtergeslowt. Nimmst du eigentlich Freundschaftsanfragen an? Im Moment nein. Liegt aber einfach daran, dass meine Battle.net-Liste voll ist. Also Battle.net-Liste, vielleicht für die es nicht wissen, die hat ein Cap von 200 Spielern. Und wenn du an dem Cap bist, schau mal, jetzt habe ich hier Anfragen. Okay, ich habe anscheinend wieder ein, zwei Plätze frei. Aber irgendwann, wenn du voll bist und dann hier annimmst, dann hast du die Problematik, dass da nichts mehr geht, ne? Ich weiß gar nicht, ich müsste mal kurz gucken, wie viele Leute ich gerade auf dem Battle.net habe. Das siehst du immer hier ganz schön. Ah, siehst du, ich habe also hier 70 auf Favoriten, 129 hier. Zusammen sind es 199, also ein Slot habe ich noch und dann kannst du nicht mehr mehr annehmen, ne? Genau, deswegen ist das immer ein bisschen blöd. Okay, das sind jetzt fast ein bisschen viele Mobs, das sind nämlich alles Elite-Viecher. Aber die packen wir auch, oder? Ja, die packen wir. Easy. Ja, Monkraut ganz schön gut rein, ne? Und Schoke ist wie immer leider nutzlos. Ja, Schoke macht einfach keinen gescheiten E-Schaden. Ist echt ein bisschen blöd. Eigentlich musst du fast die richtigen Klassen mitnehmen, ne? Palatink ist auch nicht schlecht vom Schaden her. Aber schon mal, da suche der Heiler. Ah, jetzt ist der Schoke beim Heiler. Ah, hier. Gerade noch. Gerade noch. Der Heiler muss ja im Normalfall eigentlich nur heilen, ne? Ich pulle ja jetzt immer auch schon ein bisschen was. Also der muss definitiv heilen. Ich bleibe mich natürlich auch selber mit meinem Dings. Ich soll was das reinhauen, ne? Diese Instant-Heal-Heal-Mach. Hat aber 15 Sekunden Abklingzeit. Inzwischen drin kriege ich halt ordentlich auf die Fresse. Wenn ich den Heal nicht habe. Ah, ah. Jetzt werde ich... Oh, das war godlike. Jetzt habe ich meine Heal wieder. Die Frost-Nova. Die Frost-Nova war super. Erkan-Mage. Äh, okay. Ja. Es sind manche Klassen wesentlich besser als andere. Das stimmt auf jeden Fall. Tanks machen meistens auch ganz guten RE-Schaden. Ein paar da, den kann ich mir jetzt auch nicht beschweren. Der geht eigentlich auch ganz gut ab. Ja, aber der Monk macht echt guten Damage. Also da kannst du nichts sagen. Hexer, der eine Hexer, den wir vorher dabei hatten, der hat auch gut reingewimst. Also... Aber es ist natürlich auch klassenabhängig. Rogues sind halt irgendwie immer nicht so geil im Low-Level. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier... Ob wir hier quasi direkt dann zum Endboss können. Also wir haben jetzt diese ganzen anderen Bosse, wir haben jetzt... Den haben wir auch nicht gemacht. Die verschollenen Zwerge hier an der Seite. Oh, der Boss ist schon da. Das ist hier so Lost Vikings... Äh, Vikings-Reference, ne? Das Ding da. Grabung 2 heißt das. Grabung 3. Im Endeffekt haben wir... Die haben wir ausgelassen. Den auch hier direkt durch. Haben wir eigentlich nur diesen Trock-Boss gemacht am Anfang. Jo, wünsche ich dir auch. Gute Nacht. Gut, die Eni dauert halt trotzdem relativ lang, weil du halt diese komische Event hier hast. Ne, das kannst du halt leider auch nicht sonderlich beschleunigen. Die Mobs leider immer nur einzeln machen kannst. Und unten hast du ja auch nochmal beim Endboss so ein kleines Event. Ah, dieses Drecks-Dings hier. Gut, der Mage hat es halt auch nicht einfach, weil ich die Mobs immer weiter ziehe, ne? Ach, komm, müssen die mich jetzt ständig betäuben? Jetzt macht der Mage wieder seinen Blizzard durch die Mobs weiter. Ja, aber die sterben halt eh alle durch den Dingser eh, weißt du? Das ist ja einfach mit hier Backpackeln gehen die Mobs halt auch schon genug down. Ah, wie wieder gestunt. Ich glaube, hier müssen zwei oder drei Leute channeln, zumindest war es früher so, dass du den Boss beschwören konntest. Ah, okay, eh das. Eigentlich müsste das ein ziemlich starker Titan sein, ne? Aber hier haust du ihn halt in der Easy-Fünf-Mann-Eni um. Jetzt schauen wir mal. Gut, jetzt sind wir aber trotzdem hier schon über zehn Minuten in der Eni drin, ne? Ach ja, wenn man nicht immer, wenn man nicht hier immer Verlies kommen könnte, das wäre halt das Ideale. Eigentlich müsstest du dir einen Level-20er-Char ist es, glaube ich, reinladen in die Gruppe. Und dann versuchen immer ins Verlies zu kommen. Das wäre eigentlich das Beste, was dir passieren könnte. Ich glaube, die höheren Indies sind meistens doch gar nicht so gut. Weil du kannst, und wenn ich das jetzt mal zeigen kann, ich weiß nicht, ob das in der Indie geht. Du kannst ja mit einem bestimmten Level nur bestimmte Indies kommen, ne? Umso höher du bist, umso mehr Indies hast du quasi zur Auswahl. Wenn du jetzt zum Beispiel genau, ja, Stufe 20 bist, dann kannst du nur die Indies hier unten kommen, ne? Gut, Flammenstund wäre auch schnell. Todesmine ist relativ lang, Burgschattenfang ist auch lang, Höhe des Wegklags auch. Und die schwarze Grotte halt auch, das ist das Blöde. Und wenn unten lauter schnelle Indies wären, dann würdest du immer einen Lowey mitnehmen. Verlies ist halt das absolute Un-9-Plus-Ultra. So, ich brauche hier gar nichts. Haben wir jetzt die NTP... Warte mal, hat der jetzt die NTP gebracht? Ne, wir haben gar keine NTP gekriegt. Ne, schau mal. Das war der falsche Mob. Der bringt gar nicht die NTP hier. Wir müssen wieder hoch, das ist der falsche. Das ist nicht der Endboss. Schau mal. Wir haben hier... Wir haben den Mob umgerauen und haben nur 6000 EP gekriegt. Das ist der falsche. Shit, wer hier ist denn? Wo ist die NTP? Hä, ne, hast du nicht. Also, ich habe auch keine NTP gekriegt. Ich habe mir die EP extra im Chat eingeblendet. Schau mal an. Siehst du das? Das ist die ganze EP von den kleinen Mobs, ne? Das ist keine krasse EP. Okay, hier 100, 400, 100, 100, 100. Und hier, da ist der Endboss, der hat 6000 EP gebracht, aber das ist auch nicht die NTP. Die NTP sind 50.000 und die haben wir nicht gekriegt. Und dann wäre auch hier die Q raus. Wenn du den Endboss umhaust, dann kannst du auch neu Q'en. Dann ist nämlich die Viertelstunde rum. Also, irgendein anderer muss der Endboss sein. Bloß welcher? Ja, schöne Scheiße. Jetzt können wir erstmal raus... Aber es ist eigentlich gut, dass der nicht der Endboss ist, weil der immer... Weißt du was? Ich glaube, der hier ist der Endboss. Lass mal den da unten umhauen. Ich glaube, der könnte der Endboss sein. Oder müssen Iron Ayer... Aber Iron Ayer kann es fast nicht sein, oder? Als wenn es Iron Ayer wäre. Der Boss am Tor? Bist... Meinst du? Das... Also, der hier könnte es sein, ne? Der hier. Hast du eigentlich schon Helden tun mit deinem Mage? Oh fuck, jetzt habe ich Silence gekriegt. Jetzt wollte ich gerade meine Heilung drücken. Ah, ich kriege nochmal Silence. Mein Gott, was ein Bitch. Was eine Bitch. Drück mir einfach zweimal Silence, dass ich mich nicht heilen kann. Also, da ist ein Paller... Sonst juckt dich das als Tank ja nicht, wenn du Silence kriegst. Jetzt musst du dich babbeln dafür. Was ein Bitch. Bitch-Mob hier. Ja, kriege ich wieder hier einen Silence-Effekt. Kannst du... Da kann ich halt meine Heilung nicht drücken, ne? Mit einem Paller. Ne, das war auch nicht der Endboss. Seht ihr? Wir haben 900 dp dafür gekriegt. Ich... Ist... Ist es wirklich Iron Ayer? Ah, schau mal, der Schal ist ab. Ja, schöne Scheiße. Okay. Oder welchen hättest du jetzt gemeint? Also, es... Könnte... Es könnte jetzt halt noch Iron Ayer sein, ja. Naja, aber eigentlich ist es nicht mehr hier das hier, ne? Eigentlich musst du nicht mehr die alle machen, die da eingezeichnet sind. Aber wir können mal gucken. Ich frage mich... Zum Glück haben sie die nicht eingedeutscht. In Eisen Ayer. Ayer. Oder wie so. Das wär's noch. Also, da musst du schon immer gucken, dass du den wirklichen Endboss willst. Ja, ja, aber wie gesagt, die Übersicht ist mittlerweile egal. Die... Die ist nicht mehr maßgeblich, die Übersicht. Du brauchst eigentlich nur einen, weil zum Beispiel im... Im Verlies hast du auch die Übersicht drei Bosse drin. Musst aber nur Hogger umhauen und kriegst die EP. Also, von dem her ist die nicht mehr relevant. Die war früher relevant, dass du die NDP gekriegt hast. Jetzt ist sie nur noch an einen Boss gebunden. Sollte das jetzt aber hier Iron Ayer sein, dann müsstest du quasi nur noch hier zu dem Boss und müsstest alles hier oben nicht mehr machen. Das wär eigentlich schon eine coole Sache. Dann weiß es für später. Ja, definitiv. Du meinst nur in dieser INI? Es kann natürlich auch sein, dass es in einer INI anders ist. Das wär aber irgendwie ein bisschen komisch, ne? Das wär aber ehrlich gesagt ein bisschen komisch, wenn sie es in einer INI anders machen würden als in allen anderen. So, auf wen muss ich jetzt gehen? Na, gehen wir mal auf... Quintela, Golscher. Oh, ich bin betäubt. Andreas, hey, grüß dich. Jetzt schauen wir mal. Ich glaub, jetzt müsste eigentlich fast bei dem Boss der Proc kommen, weil die anderen sind ja nur so Sidebosse, ne? Dann wär jetzt quasi hier der hier noch über. Steinbewahrer hätten wir noch. Hier oben Feuerbart, den Troc. Aber die können es nicht sein, weil die nehme ich eigentlich nie mit. Ah, schau mal, da ist der Instanzabschluss. Ja, der war's. Und jetzt haben wir auch die NDP gekriegt. 84.500, ne? Seht ihr das? Wir wären jetzt nach irrer Aussage, wären wir jetzt draußen, hätten die krasse EP liegen lassen. Das wäre halt dumm gewesen, ne? Das wäre halt richtig dumm gewesen. So, jetzt können wir weiter. Aber falls wir hier nochmal reinkommen, müssen wir das mal testen. Nur Iron Aya umhauen und dann mal gucken, ob wir... Was ist denn das immer? Irgendwie fehlt immer ein DDP, obwohl wir eine volle Gruppe sind. Obwohl alle angenommen. Was ist denn das? Hä? Also irgendwas ist buggy. Haben aber auch alle, hier, ne? Alle in der Gruppe angenommen. Warum kriegen wir keinen Instant Invite? Sind die Instanzwerber voll? Komisch. Eigentlich dürfte das nicht sein, ja? Komisch. Scheint's fast so, dass es ein Bug ist, ja? Wir können auch aus der Instanzgruppe rauslieven und dann neu queuen. Ja, es wird angezeigt, dass ein DDP nicht ready ist. Keine Ahnung, warum das buggt. Eigentlich nur in der vollen Gruppe dürftest du keinen Delay haben. So, jetzt gucken wir mal. Das brauche ich nicht. Das können wir dann gleich wieder... Ja, lass mal aus der Instanzgruppe rausgehen. Keine Ahnung, irgendwas buggt da. Geht mal alle aus der Instanzgruppe raus und queuen quasi... Äh, dann queuen wir einfach neu rein. Müssen wir denn jedes Mal einen Rollencheck ausführen? Also das ist ja auch irgendwie blöd. Mal einer fehlt noch. So. Hä, wir sind aber schon wieder einer zu... Das gibt's doch gar nicht. Irgendwas... Und zwar ganz schön gewaltig. Jetzt hat sich WoW gegen uns verschworen, so wie es scheint. Damit, weg, damit, weg, damit. Ja, 17 Minuten durchschnittliche Wartezeit, obwohl wir eine volle Gruppe sind. Hä, ich hab... Ich hab Tank gewählt. Ein Heiler, drei DDS. Ja, also eigentlich... Es fehlt aber ein DD, wird angezeigt. What? Muss man jetzt nicht unbedingt verstehen, warum das so ist. Also sowas hatte ich echt noch nie, ne? Sowas hatte ich echt noch nie gehabt. Bisschen der vollen Gruppe Queues rein und es geht nicht. Schauen wir mal. Jetzt warten wir ein, zwei Minuten und wenn's dann nicht geht, dann... Weiß ich nicht. Müssen wir die Gruppe auflösen und wieder neu zusammenbasteln. Keine Ahnung. Mach ich hier der Fall einen zur Quest. Blizzard-Logik, ja. Man hat's manchmal nicht ganz einfach. Naja, aber es scheint echt hier... Ja. Es scheint echt zu verpackt zu sein, ne? Aber der eine ist hier auch noch... Gut, der ist im War-Mode. Vielleicht liegt das daran, weil der eine im War-Mode ist. Kann das sein? Aber eigentlich kann das nicht sein. Ja, ich... Du, ich weiß auch nicht, warum bei mir nur ein Tisch ist. Das hab ich vorhin auch bemerkt. Aber eigentlich kann das auch nicht sein, oder? Das müsste doch wurscht sein für die Instanz. Ob jemand im War-Mode ist oder nicht. Also... Ja, geh mal nach HSV und teste das mal. Also ich kann... Eigentlich kann ich's mir nicht vorstellen, aber... Vielleicht liegt's daran, ne? Das ist das Einzige, wo ich mir jetzt vorstellen könnte. Aber ja, schau mal, er ist hier auch im War-Mode. Jetzt ist... Hm, keine Ahnung. Halte den mal lieber aus, beide. Und dann können wir mal gucken. Sonst müssen wir halt die Gruppe einmal auflösen und so neu basteln. Wenn das nicht funktionieren soll. Weil, also das kann eigentlich nicht sein. Du bist eine volle Gruppe. Und kommst ihn eh nie rein. Ich bin jetzt mit dem Horden-Schar beim Schar. Ich muss mich jetzt bloß noch hinporten, ne? Weil ich mit den Ali-Chars jetzt dann fertig bin. Ach, schau mal, jetzt haben wir... Ach, schau mal, jetzt sind alle aus dem War-Mode raus und wir kriegen den Invite. Das hängt echt am War-Mode, ne? Seht ihr das? Das hat anscheinend echt am War-Mode gehangen. Einen Dings hab ich noch nicht. Jetzt hab ich den noch nicht wahrscheinlich genau das hier, oder? Kuchenstuhl. Den brauch ich, ja. Ja, es hängt anscheinend wirklich am War-Mode. Äh, lass mich den Kuchen noch fix essen, sonst muss... Scheiße. Ah, jetzt hab ich grad das Ding noch gekriegt. Läuft aktuell, okay. Kann mich rein. Ja, der bringt nur Ruf, aber ich kann dir die Quest abgeben zumindest. Okay, die bringt nur 7k. Der Buff bringt nur Ruf, das ist richtig... Ach, verdammt. So ne lange Wartezeit und dann hier wieder, ne? Schön düster hoch. Totally love it. Aber, wir können diesmal alle Bosse skippen und direkt zum Endboss durchgehen. Lass hier wirklich alle skippen, was geht, weil die Inis halt einen Dreck hochziehen. Und direkt zum Endboss und dann... Ja, wir können aber keinen Deathskip machen, ne? Weil wir keinen Hexer oder Druid oder irgendwas haben. Leider. Ich liebe diese Inis, ja, definitiv. Definitiv. Düsterbruch ist schon immer ein Highlight. Da möchte man gar nicht mal raus, so toll ist das. Jetzt haben wir natürlich genau die PAD hier. Nicht da hinten auch noch Addon. Nö, 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 die wollen wir nicht auch noch. Die wollen wir nicht auch noch. Dieser Ogerspaß. Aber gut, wenn wir da am Rand entlang laufen, ne? Mittendurch. Oder ist außenrum besser? Ich bin gerade im Überlegen. Den einen Boss... Naja, obwohl da stehen relativ viele Mobs, ne? Den einen... Ich weiß gar nicht. Was besser ist, ob außenrum besser wäre. Früher musstest du ja den Schlüssel in der Mitte noch holen, ja? Aber das brauchst du ja mittlerweile auch nicht mehr machen. Also, das bleibt sicher gleich. Ach, da oben hat er einen CC. Das laufe ich mir. Ja, aber gut. Den brauchen wir ja dann nicht, oder? Oder ist der jetzt im Combat, wenn du den in die Dings gesetzt hast? Die Paralyse? Bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Manche CC ist, äh... Manche CC ist dann egal und manche, ähm... Naja. Ach, die Kiste kannst du gar nicht mehr aufmachen. Früher musstest du immer die... Oh fuck, was kommt denn da alles? Ja gut. Aber der Paralyse-Mob ist es nicht, ne? Das ist anscheinend eine andere Putt, die wir jetzt hier noch dazu haben. Super, jetzt kommt der natürlich auch noch. Ich liebe diese tolle Oga-Inni. CC ist da auch noch durchgehend hier. Also jetzt stehe ich da mit dem Horden-Char da, ne? Mit meinem Tela-Gold-Char. Kannst du mal gucken, ob du den siehst. Wenn wir da jetzt... Wo ist denn eigentlich der... Der Boss hin? Der läuft ja auch eigentlich immer rum. Ah, super. Okay, da haben wir den nächsten Schläger. Da schnell dann einmal durch die Mitte. Okay, dann hast du Aggro. Sehr gut. Also die Wache-Fengos, die brauchen wir eigentlich gar nicht. Können wir auslassen. Müssen wir halt langsam hinter dem hertropfen. Weil die Tür kannst du so mittlerweile aufmachen ohne Schlüssel. Also den brauchst du definitiv nicht mehr. Wenn wir uns jetzt ganz links halten, dann können wir vielleicht die Hunde auslassen. Ernsthaft? Hier addet der schon? Okay. Die Aggro-Range ist krass. Krasses Pferd. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, also dann kannst du die nicht skippen. Ich war schon ganz am Rand. Hab sie trotzdem geaggroht. Und hier die andere Wache kannst du auch skippen, wenn du schnell läufst. Bloß den einen Boss im Gang, den kannst du nicht skippen. Den wirst du nicht skippen können. Der schwierigste ist ja eh die vorletzte. Also der vorletzte Boss, der da oben im Gang, weil der halt die Angewohnheit hat, dass er dich in alle Mobs reinführt und zusätzlich gleichzeitig noch so Viecher beschwört, die dann den Heil auseinander nehmen, wer der Tank im Vier ist. Das ist immer eine wunderbare Kombi. Naja. Da kommst du schwer vorbei in den Ogern. Früher hattest du da hinten ja noch so eine Falle. Oder es gibt glaube ich jetzt sogar noch die Quest, wo du diese Wache in die Falle packen musst. Aber dafür musst du so ein Ogre-Zeug holen. Gut, du merkst halt jetzt, dass die Mobs noch weniger EP bringen, ne? Weil jetzt bin ich nicht mehr erholt. So wie vorhin. Da hast du halt dann doch noch ein bisschen mehr gekriegt. So, da haben wir theoretisch das Fallen-Item. Das brauchen wir jetzt aber nicht. Und da kommt die Wache gerade. Warte, jetzt geht mal weg, geht mal weg. Hinter die Ecke. Ernsthaft? Wie habt ihr denn die jetzt geedit? Ach. Weißt du, ich versuch die Wache zu skippen. Was macht ihr denn? Ja, jetzt haben wir die halt auch noch am Arsch. Na wunderbar. Plus die zwei Mages auch noch. Aber zumindest ist der eine in der Falle. Ach, bist du an die Falle hingelaufen, hast sie da mit geedit. Kann das sein? Ah, okay. Ne, weil die Falle brauchst du gar nicht. Der läuft hier relativ groß außenrum. Wenn du dann ganz am Rand entlangläufst, kannst du den auskippen. Aber gut, egal. Jetzt haben wir einen... Oh, schau mal. Das ist Stufe 60, das Ding. Auge. Das haben sie anscheinend nicht drunter gebalanced. Ja, du, kein Stress. Bist dafür eher in der Falle hier. Eigentlich ein ganz schöner Raum, ne? Hier mit so Haken von der Decke, mit Fleisch dran. Das erinnert so ein bisschen an den Raum im Karasan. Vielleicht ist hier da noch nicht drin, also im Keller von Karasan. Also nicht von der Instanz, sondern es gibt da noch mal so Katakomben, die man über so ein Grabmal begehen kann. Das sind relativ große Katakomben. Und da gibt es auch so einen Raum, wo lauter wirklich so Leichen an so Haken hängen und so. Also, ja, das ist richtig schön. Den kennen die wenigsten, weil man da sonst nie rein muss in den Raum. Interrupten ist der Parler natürlich immer eine schöne Sache, ne? Also hier. Den wir gleich die zwei Wachen an der Tür mit. Die hier. Ich weiß schon, wo welche Mops stehen mittlerweile. Ja, bei mir spawnt auch der Schar noch zusätzlich. Mal gucken. Vielleicht habe ich ja heute ein bisschen Glück und ziehe mal irgendwo einen Schar mal und raus. Dann kann ich mir das nämlich sparen und was anderes in der Zeit machen. Jetzt hier gleich hinter der Tür kommt der, der schöne Boss, ja. Ohne Scheiß. Ich habe schon ein paar Mal erlebt, dass sich Gruppen, hier random Gruppen, aufgelöst haben, weil sie irgendwie den Boss vier, fünf Mal probiert haben und ihn einfach nicht gepackt haben. Und dann war Finito, ne? Und dann machst du halt hier die Instanz bis hier hin, was halt auch mit der random Gruppe schon ein bisschen dauert. Und dann löst sich die Gruppe auf und dann kriegst du quasi gar nichts, ne? Weil im Endeffekt steht und fällt ja alles mit der Endboss-EP, ne? Naja, das war wieder nix. Das war wieder nix. Schade, das Zorrens gibt nix. Jetzt noch hin, hier auf Antonidas. Da haben wir die Wache. Ich habe immer noch keinen Weg gefunden, um die zu skippen, ne? Früher gab es ja, ähm, umso mehr Tribut, umso mehr Wachen du quasi geskippt hast und die haben dir ja dann Tribut gegeben, weil du sie am Leben gelassen hast, ne? Aber wie du den skippen kannst, keine Ahnung. Außer vielleicht mit dem Rogue, ne? Dass du außenrum, äh, stealthst. Mit Mars stealth. Das könnte vielleicht nur funktionieren. Aber sonst... Keine Ahnung. Den musst du ja auch definitiv ganz nach hinten ziehen. Ich schaff das. Ja, ich denk mal jetzt hier mit der Gruppe werden wir schon packen. So, den pullen wir. Und müssen wir wirklich ganz nach hinten ziehen, weil der viert dich halt und du landest dann halt, äh, regelmäßig da hinten in den Mobs. Also ihr solltet auch hier bis, bis nach hinten am besten durchkommen. Bis hierher am besten, ja. Ja, also das reicht. Soweit wirst du dann auch nicht rausgefiert. Welches Parla kann notfalls auch babbeln? Naja, jetzt kommt der 4. Siehst du das? Bis hierhin sind wir gefiert worden. Wenn du den hier pullst, dann bist du da hinten. Und da haben wir die Trash-Mobs. Schön im 4. Und die hauen richtig rein, ne? Siehst du das? Man hat es schon live Parcounen gegeben. Ich hab schon meine Heilung raus. Da bist du richtig umgezimmert hier von den Typen. Und wieder im 4. Gut ist, dass die jetzt einigermaßen geslowed sind. Du wirst dann meistens im 4 hier von den Mobs verdrescht und kannst halt nichts machen. Kannst keine CDs oder irgendwas ziehen. Ja, das ist schon eine harte Angelegenheit hier. Siehst du das? Das gibt's gar nicht. Jetzt bin ich schon fast wieder durch. Jetzt muss ich von den Mobs weglaufen. Und die Bubble hab ich noch offen, ne? Das ist quasi der Notretter. Schauen wir mal. Und wieder im 4. Aber der Hauptmann ript. Wunderbar. Jetzt haben wir noch den Endboss. Und der ist im Verhältnis relativ einfach. So, als nächstes gehe ich wieder mit dem Alijar hin. Na, also falls du da rumtigerst. Die Brustplatte. Na, die brauch ich aber nicht. Was haben wir hier? Lustiger Sparstein, ja. Der lustige Sparstein. Ne, wir machen die Mobs rechts. Da haben wir nämlich noch mehr solche lustigen Hauptmänner. Und hier musst du unbedingt diesen Kack 4 kicken, ne? Wenn du das nicht machst, dann hast du hier gleich die ganze Instanz an der Backe. Eins dann hab ich noch ready. Wenn du hier nämlich in den ganzen Köder und dem ganzen Zeug reingeführt wirst, dann ist ziemlich schnell Feierabend. Das ist, glaub ich, so die Vibe-anfälligste Inni im Blau-Bereich, würde ich fast behaupten. Und da passiert's ziemlich schnell, dass du im Dreck liegst und dann kannst du den ganzen Weg wieder hochlaufen. Meistens addet dann noch jemand was. Dann stirbst du nochmal und dann ist das so ein Kreislauf des Vipens. Und das willst du nicht. Ja, wunderbar. Irgendwie ein Extra-Loot oder so. Gut, der Loot ist eigentlich eh relativ egal. Das geht ja hier eigentlich zu 90% ums Leveln, ne? Weil die Items tauscht ja eh wieder aus. Das Einzige, was interessant wäre, wäre ein Sockel-Item, ne? Für den, ähm... Für das Sockel-Teil hier, wo haben wir's? Für diesen 5% mehr EP-Gabend. Da wär's interessant. Aber leider kriegst du erst, ähm... Leider kriegst du erst Sockel in Burning Crusade, ne? Ich hab jetzt schon ein bisschen geguckt gehabt, ob es irgendwo einen klassischen Sockel-Item gibt. Aber ich hab leider keins gefunden, ne? Falls ihr da eins kennt, schreibt mir das gerne. Gerne mal. Wird mich mal interessieren. So ein Dings wär ganz cool. Irgendwie ein Hals oder irgendwas. Oder Handschuhe. Auch ein Gürtel. Ich hab's dann auch mit dieser Gürtel-VZ probiert, aber das geht leider auch nicht. Weil das Item dann seelengebunden wird. Und jetzt, also gut verbündet. Jetzt ist er verbündet, genau. Jetzt könnten wir uns noch unseren Tribut abholen von dem Tribut-Oger, der jetzt kommt. Der Kleene. So. Eigentlich haben wir ziemlich viele geskippt, ne? Wir müssen jetzt relativ üppig Tribut kriegen. So, jetzt bin ich der König. Wo ist mein Tribut? Zeig mir den Tribut. Da haben wir ihn schon. Ja, gut, da war jetzt einiges drin, ne? Hier, eins, zwei, drei, vier Items waren drin. Wir haben halt fast, fast alle Wachen leben lassen. Gut, braun. Obwohl, das kann ich sogar anlegen, ne? Das ist sogar besser. Gut, dann können wir die nächste Queue und die nächste Indie... Warum müssen wir denn jedes Mal eine Rollenabfrage machen? Irgendwie ist das komisch. Sehr, sehr komisch. So, jetzt wäre so was Schnelles mal cool, so irgendwie versunkener Tempel oder so in die Richtung. Alles klar. Jetzt schauen wir mal, welche Indie können wir denn rein... Ach, wir können sogar alle bis... Ja, Schwarzfestiven, die ist auch sehr gut. Die geht auch richtig schnell. Dann haben wir den Stratholm. Gut, die ist... Die dauert lang, Zulfarag auch und das auch, ne? Die Serboros sowieso, Uldermann auch. Also die da oben sind eigentlich alle lang. Aber hier der versunkene Tempel müsste extrem schnell sein. Und hier Schwarzfestiven, Gefängnis müsste auch ziemlich schnell sein. Farmst du auch ab und zu Freehold plus zwei Papageien? Nee, mach ich ehrlich gesagt nicht. Das würde ich dann machen, wenn ich sonst alles fertig hab. Und ich dann quasi... Ja, dann würde ich das machen. Aber da ich jetzt hier das mit dem Char-Level noch hab und ein paar andere Sachen, mach ich das noch nicht. Im Moment farm ich quasi sowohl mit meinem Ali-Main als mit meinem Horde-Main die zwei Instanzen ab. Also sowohl Freehold als auch hier King's Rest einfach in plus null. Und das ist... Ja, dann hab ich quasi vier IDs die Woche, die ich quasi mach, ne? Und... Na klar, man könnte das noch mit mehr Twinks machen oder halt wie du sagst hier plus zwei, plus drei irgendwie Hello-Keys machen. Äh, aber das ist mir... Ja, das ist mir dann schon wieder zu aufwendig, muss ich ehrlich gesagt sagen. So, da la. Aber jetzt sind wir ein DD weniger. Jetzt würde ich sagen, ich laufe jetzt einfach... Oder ich reite jetzt einfach mal rüber nach Westfall oder so. Dann kann ich zumindest der Wahl ein, zwei Quests machen. Bis wir... Ähm... Bis die Queue losgeht. Dann überlegen, bei diesem Truthahn-Event, ne? Da gab es jetzt nichts, wo ich sagen kann. Äh, ich würde jetzt, ähm... Würde jetzt hier irgendwie extra EP noch machen können. Ja, jetzt laufe ich einfach rüber. So lange dürfte es eigentlich nicht dauern, wenn wir einen tanken, Heiler und zwei DDs sind. Nur einen DD suchen. Ja, steht jetzt hier eine Viertelstunde drin. Ja, mal gucken. Mal gucken. Du merkst halt schon, dass es sich jetzt ein bisschen zieht, ne? Jetzt mache ich so im Schnitt zwei, zweieinhalb Level in zwei Stunden. Das ist jetzt halt nicht mehr so toll. Davor habe ich drei bis sogar fast vier gemacht. Aber es kommt halt immer auch drauf an, ob du erholt bist oder nicht, ne? Das kommt mal dazu. Hier, Elvin skaliert ja nun bis Level 20, ne? Aber hier drüben, ähm, Westfall müsste bis 60 hochskalieren. Ja, klar, das kann man natürlich machen, dass man es, äh, spammt. Äh, ich teile es mir also auf, dass ich halt jede Woche quasi IDs mache. Und irgendwann, wenn ich dann quasi so weit bin, dass ich, ähm... Warte mal, habe ich die Pads gerade? Ja. Ah, schau, da haben wir schon einen Proc. Jemand hat die Einladung abgelehnt, ernsthaft? Ich hasse euch. Dann lehnen sie denn da die Einladung ab? Naja gut, jetzt brauche ich nicht in dem Pet Battle anfangen. Wenn wir hier... Geben wir dem zwei Kupfer dafür. Das geht schneller. Also mit zwei Kupfer bestechen. Das können wir gerade nur leisten. Ich besteche den und der haut mich. Was ist denn das für einer? Okay. Och, komm. Der random sabotiert. Ja, ich merke das schon. Haben wir wieder einen Saboteur am Start. Ah, das ist aber jetzt der Hintereingang tatsächlich. Wunderbar. Das kann ich sogar instant abgeben. Hier haben wir wieder einen Haufen Quests. Das zumindest... Drückt nicht auf den Postkasten. Da kommen bloß diese Posttypen raus, die wir nicht haben wollen. Die wollen wir nicht haben, die Postkastentypen. Die können gerne da bleiben, wo der Pfeffer wächst. So, und der Schar des Zorns, der gibt mir jetzt mal seinen schicken Gaul hier. Ne, wieder nichts. Das gibt es ja nicht. Also, wer sich den Scheiß einfallen lassen hat, mit der Drop-Chance, ne? Na, natürlich. Ich habe wieder auf den Postkasten gedrückt. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Ich kann mir diese ganzen negativen Effekte mit dem Ding wegnehmen, ne? Und kriege dann sogar noch mehr... Ich kriege 100 Stärke dadurch. Das ist krass. Und der Indie ist das gar nicht schlecht. Werde ich halt rippen. Oh, fuck it. Diese Postkastentypen, die hauen halt so Damage raus, ne? Äh... Die sollen wir einfach nicht rausholen. Bitte nicht auf die Postkästen draufdrücken. Ja, die sind ja auch unterschiedlich in Servern, die Chars. Hier gibt es heute richtig viele Quests, ne? Gut, so krass viele P bringen die nicht. Aber es summiert sich dann halt, ne? Wenn du von jedem 14.000 kriegst und das 5 Quests sind, kommt da auch ein bisschen was zusammen. Haben wir alle, oder? Ja, wunderbar. So, da hinten wird es jetzt dann knifflig, weil das oft die Dinge ist, wo dann alle Putts auf einmal geedit werden und dann viele Leute immer, äh... viben oder Probleme kriegen, ne? Theoretisch muss man da gar nicht viele Mobs machen, um durchzukommen. Praktisch ist es manchmal besser, äh, alles wegzuräumen, um nicht in die Bredouille zu kommen, dass man vibet. Warte, jetzt geben wir das fix ab. Eigentlich könnte ich auch mit meinen Hotell-Leveln-Char immer diese, diese Befragungs-Quests machen. Die bringen gar nicht schlecht was. So, jetzt haben wir den ganzen mittleren Teil, die ziehen wir jetzt einen Ticken hinter. Ah, okay, der eine hat ihn zezählt. Ich muss babbeln, hilft alles nix. Wäre ich jetzt verreckt. Das ist eigentlich der gefährlichste Teil auch hier in der Inni. Weil hier fliegen halt verdammt viele Putts rum und die add ist da halt relativ leicht. Aber ich habe jetzt fast alle rausgeholt auf einmal. Ich mache einzelne Mobs, weil ich muss meinen Schei jetzt erstmal wieder zum Schadest Zons rüberfliegen. Die kannst du eigentlich in der Seite stehen lassen. Die machen nicht viel. Das ist das Schöne am Parler, den du hast, einen Range-Kick. Das ist halt echt schick. Echt eine schicke Sache. Ah, schau, da kommt schon der Nächste wieder. Also hier hast du so viele Putts, die da rumfliegen. Oh, das ist der schwierigste Pull hier, weil da fliegen so viele Mobs rum. Wenn du da einmal gut was rauskriegst, dann ist das ganz gut. Vielleicht siehst du meinen Schei jetzt wieder. Mit Argus bin ich jetzt dran, aber ich sehe jetzt hier nur Horden-Schars, die mit mir drin sind. Das Silence ist auch nervig, ne? Hier rüber müssen wir auch hier hin. Also die müssen wir auch machen. Weil wir müssen den Plan hier anklicken und müssen so einen Schmied rausholen, den wir dann umboxen müssen. Also die Gule da hinten müssen wir auch noch pullen. Aber das mache ich jetzt erst, wenn ich ein bisschen stabiler wieder bin. Ah ja, jetzt müsste das schon gehen. Nehmen wir die Gule noch dazu. Dann können wir den Boss machen und die restlichen Mobs hier brauchen wir. Obwohl wir können oben rum gehen. Unten rum ist es immer ein bisschen gammelig. Der ist jetzt, glaube ich, auf Antonidas und heißt Argus. Der Char... Argus heißt er nicht. Argus, sondern Argus. Ach, den kannst du ja... Das ist der Mob, der hier übernimmt, der ein bisschen gammelig ist. Früher habe ich das immer versucht, mal immer... Ja, ja, jetzt... Ach, super. Jetzt wurde ich erst das Tank übernommen. Erstmal alle desorientiert. Na wunderbar. Naja, der schlüpft immer in einen Spieler rein. Das ist richtig nervig hier. Agro Reset inklusive. Ich habe das früher mal versucht, alleine zu farmen für das Mount. Ich glaube, in Burning Crusade habe ich das mit dem Hexer schon alleine gemacht. Und da wurde dann immer ich übernommen und habe meinen eigenen Leerwandler umgehauen. Da musste ich mir den kompletten Übernehmen-Zeitraum abwarten und konnte wieder weiter... Das war ein Dreck ohne Ende. Das sage ich euch. Ein Dreck ohne Ende. Mit einer Pet-Klasse konntest du das halt machen. Sonst ist der Boss halt resettet. Das kann gut sein, ja. Warte mal. Okay. Das muss ich ihn wirklich komplett umklopfen, dass man rauskommt. Das Tank natürlich am schwierigsten rauszuhauen. Bei dir ist jetzt Spawn. Ja, hier leider nicht. Hier leider nicht. Ja, mal gucken, wie viel... Wie weit wir noch kommen. Ich denke mal, auf... 54 komme ich noch mit... Ich bin ja fast... Ja, gut, mit allen Quests plus Dingen. Das habe ich das letzte Mal gekriegt. Irgendwie 84.000, ne? Was bringen die Quests? Waren 14.000 pro Quest. 1, 2, 3, 4. Na ja. Hast du schon ein bisschen was. Sind... Äh... 8, 16. Wahrscheinlich... Ja, 16 plus 40 sind 56. Plus ein bisschen Kleinscheiß. Runden mal auf 60 auf. Plus die... Die 85, die du hast, ne? Ja, gut. Ach so, warte mal. Ich muss den looten. 145. Plus Mobs. Naja, das wird nicht ganz reichen. Aber... Ein Dreiviertel-Level kriege ich alleine mit dem Abschluss plus Endquests. In etwa... Wenn es genauso viel bringt wie die anderen. Gut, dann müsste ich... 55.000 über die Mobs machen. Das wird wahrscheinlich nicht ganz ausgehen. Also auf 55 werde ich nicht kommen. Ja, drück mal auf den Plan hier. Drück mal auf den Plan. Da kommt ein Boss raus. Den müssen wir machen. Aber den können wir mitziehen zum anderen Boss runter. Der kann nämlich nichts. Der kann nämlich nichts, der Schmied. Okay, jetzt haben wir genug. Den müssen wir interrupten. Der zapft mir das Blut ab hier. So geht's nicht. Okay, 34. Du hast jetzt aber einiges in Levels gemacht, oder? Was warst du? Irgendwas Ende 20? Da hast du jetzt schon... Oh gut, im Low-Level. Ne, umso lauer, umso besser geht's mit dem Level noch. Umso höher, umso zäher wird's dann leider. So, Richtung 60 wird's dann schon immer zäher. Ne, und über 60 brauchen wir gar nicht reden. Da wird's dann richtig zäh. Oh, Kacke. Das war jetzt vielleicht ein bisschen viel sogar. Oh, da hinten kommt sogar noch einer. Äh, die müssen wir jetzt irgendwie rankriegen hier. Oh, fuck. Warum kommt denn der jetzt nochmal in Gargoyle? Oh, mein Gott. Okay, der eine ist in der Eis. Oh, Level-Up hat mich... Hat mich jetzt halt gerettet. Oh, das Level-Up hat mich jetzt gerade wirklich gerettet, ne? Ich könnte mit meinem Gaul wegflitzen, aber noch geht's. Nimm mal den noch raus. Wieder hoch. Boah. Also, ohne Level-Up und hier CC wären wir wahrscheinlich im Dreck gelegen. Das war jetzt ein bisschen vieles genau, dass du rennst da rein und erdest beide Seiten noch mit. Holla, die Waldfee. Du warst 29. Ja, 5 Level. Gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Gut, ich hab jetzt in der Zeit, äh, 3 fast... Ja, doch jetzt 4 Level gemacht, ne? Das 5 gemacht. Oh, ja. Naja. Hoi, wo hat's denn den Monk jetzt erwischt? Äh, lauf am besten rein. Es war schneller, weil jetzt haben wir den Boss gepultet. Jetzt kann, kann ich nicht, äh, retten an der Stelle. Können jetzt auch theoretisch, äh, unten rumlaufen. Ne, das bleibt sich eigentlich gleich. Hm, naja, nee, nicht, nicht unbedingt. Dungeons bringen, wenn du es mit einer, mit einer kompletten Gruppe machst und du wirklich zügig durch bist, sind Dungeons eigentlich besser. Du hast jetzt halt ein Level mehr, aber du bist halt auch im ganz lowen Level und da brauchst du halt auch noch wenig, äh, wesentlich weniger AP im Verhältnis, ne? Also du brauchst allgemein weniger AP, aber auch im Verhältnis brauchst du weniger. Also um jetzt zum Beispiel von Level 20 auf 21 zu kommen, brauchst du wesentlich weniger Zeit, als zum Beispiel von Level, äh, 40 auf 41 zu kommen oder von Level 50 auf 51, ne? Das sind halt einfach, ja, umso höher du wirst, umso länger dauert halt immer ein Level. Ja, ja, ich hab schon gesehen, der resettet blöderweise die Agro. Wir können auch diesmal unten rumlaufen, normalerweise gehe ich immer oben rum, aber bleibt sich eigentlich. Hier, weißt du, wir können auch durch dieses Ding durchgehen. Oben, ja, im Endeffekt bleibt es, es bleibt sich fast gleich. Ja, ja, gut, random, also komplett random würde ich jetzt auch nicht unbedingt Inis laufen. Ist es jetzt verbuggt hier? Ah, ne, okay, es dauert einfach nur ein bisschen. Schaut, dass ihr ganz da an der Tür bleibt, dass wir da nicht nur was adden. Ah, okay, wir werden den Gargoyle adden und wenn es blöd läuft, addet der Gargoyle... Ja, wenn ich jetzt ein Schild draufschmeiß, wenn es jetzt blöd läuft... Okay, ich dachte jetzt, es springt auf die Gule über. Wenn wir jetzt Pech gehabt hätten, hätten wir die ganzen Gule noch gekriegt. Ah, der Schar ist da. Der Schar ist da. Und wieder nix. Einfach hier ganz am Rand entlang. Nehmen wir den mit. Ah, da ist schon wieder so ein Gargoyle, ne? So ein fieser. Gut, den werden wir brauchen. Die beiden Gule können wir eigentlich mitnehmen. Kreischende Benji. Naja. Die Monks nehmen immer hier die Gargoyles raus. Gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Theoretisch könnte man den stehen lassen, wenn wir hier ganz am Rand laufen. Aber eine Seite musst du auf jeden Fall machen mit diesem Hexen. Nächsten Typen. Was am Parler natürlich eine schöne Sache ist, du kriegst immer schön die Mobs zusammengezogen. Mit deinem Silence-Schild da. Das ist schon schick. Was hast du mit dem Druid? Nicht mit dem Druid musst du halt ständig alle Mobs immer versuchen zu LUSen. Dass sie schön zusammenkommen. Und hier, na gut, hier ist ein bisschen schwierig. Wenn du hier versuchst, was zu LUSen, musst du dann ewig weit hinterziehen. Oder du hast die Problematik, dass du... Ich muss eigentlich den Boss gleich dazu holen, oder? So viel macht der ja nicht. Oder du läufst Gefahr, irgendwas anderes noch zu adden. Bei dem Versuch, die Mobs hinter irgendeine Wand zu ziehen. Das war immer so eine Sache. Also, jetzt Portman... Ach, shit. Okay, der betäubt mich hier. Hätte ich nicht babbeln können, aber... Naja, egal. Also, wenn wir jetzt für die Mobs noch ziemlich viel EP kriegen, ne? Könnte es fast nur ausgehen, dass wir mit dem Endding hier... Ähm, na gut, was haben wir jetzt? 14.000? Naja, das wird... Was hatte ich ausgerechnet? Etwa 45 kann ich durch alles, alles bekommen, ne? In etwa. Und ich brauche 209. Gut, vielleicht jetzt ein bisschen mehr müsste ich durch das Endteil bekommen, oder? Gut, hier steht 51 dran, aber ich habe ja... Ähm... 14% und hier 55, ne? Also... Ähm... Sind es 69% mehr. Und vorher habe ich irgendwas mit 85 gekriegt. So in etwa. Ja, ihr macht es da drin schon mit den Mobs, ne? Dann gehe ich gleich mal da hinten weiter. Die können ja alle nichts da drin. Oder? Warte mal, wenn wir das jetzt mal grob durchrechnen. 51... Halb durch 100... Mal... 169... 87, ja. Okay, es sind nicht mehr 85, sondern 87, ne? Also ein Ticken mehr. Ja, den können wir jetzt mitnehmen, bevor wir den da wieder ewig c-zehen. Oder jetzt ganz am Rand entlanglaufen. Dann müssen wir vielleicht die Spinne auch nicht machen. Na, die wird wahrscheinlich... Oder? Na? Oder so, ja. So geht es natürlich auch. Na, komm her, Gargoyle. Aber den brauchen wir. Ah, oder den brauche anscheinend nur noch ich sogar. Hallo? Ich brauche Heilung? Oh, da kommt der Live-Pakun. Das war eine knappe Sache. Da war jetzt mal so auf Vertrauensbasis. Ich hätte auch babbeln können, ja. Aber, äh, das wäre ein bisschen gewastet. Warte mal, brauchen wir den eigentlich? Ne, den brauchen wir gar nicht, ne? Der bringt keine Quest, kein gar nichts. Muss ich jetzt mal nachgucken. Ich brauche das Benji-Ding jetzt hier noch. Rammstein, der kommt dahinter. Und Baron Totenschwür. Genau, der kommt auch noch. Ähm, warte mal, teilt... Habt ihr eine Quest mehr als ich? Weil ich habe hier für den zum Beispiel jetzt gar keine Quest. Ich mache jetzt die Gruppe, das ist die kleinere. Ne, das Weihwasser hatte ich schon in der anderen Indie mitgenommen. Und das hatte ich schon abgegeben. Also das Weihwasser ist schon, ist schon durch. Weihwasser ist tatsächlich schon durch. Das ist schon durch an der Stelle. Der hat nämlich früher immer den, dieser Magistrat, der da hinten steht, der hat immer nämlich die Dings gedroppt hier. Den Schlüssel, Schlüssel zur Stadt. Da konntest du dann hinten in die Tür rein. Weil früher waren die Instanzen ja verbunden. Dann hast du erst die eine Indie, also quasi erst den einen Teil gemacht und dann den anderen. Den Rest habe ich auch in den Quest. Okay, dann hat der anscheinend gar keine Quest, der Typ. Eigentlich können wir hier auch ein paar mehr, oder? Mal gucken, wann ich Problems kriege. Noch scheint es zu gehen. Haben die nicht immer auch so kleine Blups rausgedroppt? Ah, naja, da sind sie, die kleinen Blups, die ich meine. Na ja, ich glaube viel mehr als 3 soll ich dann doch nicht mitnehmen. Die hauen dann schon ganz gut rein. Na gut, jetzt holen wir mal die anderen beiden noch ran hier. Wo haben wir denn da hinten noch? Hinten sind noch 3, ja gut. Ich bringe halt auch alle fast keine EP, ne? Also die Mobs, selbst für so richtig krass dicke Elite, kriegst du halt kaum was. Naja, jetzt denke ich, kann ich die schon zu den anderen ziehen. Friedrich könntest du ja auch alles pullen, aber ich glaube, das würde ich dann sogar nicht überleben. Dann wäre Feierabend. Ah, und die schon relativ gut rein. Na vier, auf dich gleichzeitig hinten. Plus diese kleinen Blups, die sie noch beschwören, ne? Natürlich kann ich immer diese Effekte runternehmen und krieg dann auch relativ viel, ne? Also umso mehr Effekte ich quasi mit meiner Volksfähigkeit wegnehme, umso mehr Stärke kriege. Also wenn ich richtig viele Divas drauf habe, dann kann ich auch richtig gut rauswämsen dann am Ende. Ne, ich denke mal, auch mit dem Endding plus alle Quests werde ich jetzt nicht das ganze Level vollkriegen. Aber zumindest wahrscheinlich drei Viertel in etwa. Sowas schätze ich ganz grob. Was ein bisschen schade ist, den Erholtruf, den ich auf... Also, nee, nicht Ruf, sondern diesen Erholtbalken, den ich aufbauen, ne? Unter der Woche. Den haue ich eigentlich in einer Stunde weg. Also in einer Folge. Bosmana, ja. Ich sehe es, dann schenke ich mir was ein, während du reckst. Ich sitze eh auf dem Trockenen. Da kommt ja der Rammstein. Ich frage mich, ob der im Englischen auch so heißt und ob das so ein bisschen eine Anspielung ist auf band schrägstrich die Airbase. Oder ob der quasi im englischsprachigen Bereich anders heißt. Hat einer? Na gut, das wäre jetzt, wenn einer einen englischen Client hat, könnte man es gucken. Oder man gibt zwei, wir hätten einen. Aber da bin ich jetzt schon wieder zu faul für. Da bin ich zu faul für. Ich glaube, danach kamen hinten ja die ganzen Skelette, ne? Hm, immer diese Stunts. Muss ich mal gucken, wie viel Chars ich noch für ein Schar des Zorns habe. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Okay, das sind schon noch ein paar Chars. Das sind noch ein paar Chars für ein Schar des Zorns. Ich muss jetzt mal gucken, meine Gilde ist jetzt am überlegen, ob sie nicht mehr sonntags raiden soll, ne? Sondern montags abends. Oh fuck, was haut denn der mir rein? Da hat er getauntet, dass ich nicht sterbe. Gar nicht, gar nicht so dumm. Gar nicht so gumm. Der Monk ist nicht so verkehrt. Hat mich gerade richtig verdroschen. Welche ich? Ja, beide würde ich mal sagen. Die ganzen vielen Kleinen bringen so nicht mal EP. Das ist ein bisschen schade. Ein bisschen schade. Ich finde das Verhältnis halt zwischen Mob-EP und Abschluss-EP ist halt schon krass irgendwo, ne? Wenn ich überlege, wenn du jetzt spezifische Inis anmelden würdest, wie viel länger du brauchen würdest. So sind alle drin. Ist das dein erster Heal? Ja, nicht schlecht. Aber zumindest benutzt du auch schon mal den Live-Pakun. Das machen halt die meisten schon mal nicht, dass sie so ein HCD und sowas benutzen. Das ist halt schon mal wichtig, ne? Nicht nur halt eine Standard-Heilung draufheilen. CDs und sowas. Sollte eigentlich Standard sein, siehst du aber bei vielen schon gar nicht, ne? Da gibt's, äh, Captain Shami immer, oftmals, ne? Der genau eine, eine Heilung drückt und zwar die Kettenheilung. Auch wenn, wenn nur der Tank Leben verloren hat und zwar standardmäßig nur die Kettenheilung drückt, ja? Und Leute, so ein Zeug, also das siehst du oft genug. Das siehst du oft genug. Hier gibt's hier diese komische Aura, wo du die ganze Zeit Damage bekommst, ne? Der Boss haut aber schon echt rein. Der haut echt rein. Aber ich hab sogar meinen Ruf-Buff hier noch. Hab ich jetzt bald mal eigentlich genug Gilden-Ruf? Ich hab halt immer noch nicht genug Gilden-Ruf, dass ich jetzt mal mir den, äh, die Flagge kaufen kann, ne? Oder dieses Banner, besser gesagt. Flagge ist ja ein bisschen abwertend. Das ist ja ein Banner. Banner der Gilde, quasi. So, anscheinend hab ich richtig berechnet. Was hatte ich berechnet? 87.000. Was hab ich bekommen? 87.000, ne? Da hab ich das sogar richtig berechnet, die EP. Okay, ich hab das nämlich alles mal durchgeguckt, wie, wie das, wie man's berechnet, additiv oder multiplikativ und so. Und das ist ganz interessant eigentlich. Mal zu wissen, wie, wie das Ganze sich auch zusammensetzt. Ich bin Galatius, hey, grüß dich. So, ganz Level ab werde ich nicht mehr. Das hatte ich ja schon gedacht. Aber zwei Drittel, ja, sogar ein bisschen mehr als zwei Drittel, ne? Jetzt das nur abgib. Ja, 85% sind es in etwa, würde ich jetzt mal behaupten. Gut, mit der Folge sind wir dann wieder durch. Hat mich gefreut, dass wir dabei waren. Ja, vielleicht sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Eutla, bis dann. Ciao.